Was haben diese deutsch-französischen Austausche gemeinsam? Sie haben alle ein gewisses Extra. Was ist dieses gewisse Extra? Ein größeres Team mit unterschiedlichen Profilen, mehr Themenmöglichkeiten, mehr Interaktivität, eine höhere Projektförderung. All diese Extras gibt es, wenn Schulen und Vereine zusammenarbeiten. Schulen und Vereine bringen unterschiedliche Ideen und Methoden mit, die sie bei der gemeinsamen Projektvorbereitung entdecken und teilen. Zusammen organisieren sie einen interdisziplinären deutsch-französischen Austausch, bei dem junge Menschen ganz unabhängig von ihrem Profil aktiv einbezogen werden und ein gemeinsames Endprodukt erstellen. Zu den Extras gehört auch das Programm Fokus des DFJW. Eine Förderung der Programmkosten, ein Zuschuss für eine gemeinsame Unterkunft der Jugendgruppe, eine Förderung für die Sprachanimation, zusätzlich zum Reisekostenzuschuss. Sie erfüllen alle Kriterien? Los geht's! Starten Sie ein Fokus-Projekt! Das Programm Fokus fördert deutsch-französische Kooperationsprojekte zwischen Schulen und Vereinen. Natürlich auch digital. Jetzt bewerben! Ich bewerbe! Ich bewerbe! Ich bewerbe! Vielen Dank.